Wir sind die beiden Schwestern vom Inoki-Verlag, den haben wir letztes Jahr gegründet. Wir verlegen turkische Literatur in deutscher Sprache, überwiegend junge Autoren, aber auch mal so ab und zu ein paar wichtige Klassiker, die wir der deutschen Leserschaft nicht vorher teilen möchten. Im März kamen die ersten Bücher, dann waren wir auch schon in Leipzig. Und der erste Mensch, dem wir dort begegnet sind, war Johannes von Albert Kotzeb. Und der hat da so einen schönen Stand aufgebaut, die da in Frankfurt hat der Mutter gemacht. Die Beinkissen stehen als Symbol für etwas Besonderes, für Genuss und Freude. Und das wollen wir mit unseren Büchern ja auch vermitteln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017